Okay, mein Lieben, willkommen zurück zu Let's Play der Echsenkrieg. Das letzte Mal hat mir so einiges geschafft, viele Dungeons, dann waren wir im Dorf der Echsen und wir können das übrigens jederzeit, äh, na, hier was, oder? Ne, hier. Na, wo war das jetzt, der Übergang? Hä? 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 Ich hab hier gar nichts mehr. Wir können, ach da jetzt, ähm, Bergpax oder Echsen-Dorf, wir können gleich zum Bergpax, wissen wir, oder zum Echsen-Dorf. Und, äh, wegen Debug, äh, Debug-Mode und Entwickler-Sheet können wir uns hier auch was in Gold holen, 5000, das meine ich gar nicht brauchen, weil ich so verdammt viel habe, und es ruckelt. Mann, wieso ruckelt das bei einem VX-Spiel? Naja, ich würde sagen, gehen wir mal in die Stadt hier, nach Seran. Die, die Musik von... Luca, glaube ich, hat. Willkommen in Seran. Klingvoller Name. Hallo, was traut euch denn hierher? Nach Seran kommen, das hätten Leute, wisst ihr? Warum? Kiste einfach mal locker. Warum? All die verfluchten Echsen alle Pässe versperren, deshalb. Junge, du hast gerade eine vor dir, oder Frau. Und auch gestern ist schon wieder eine Karawane verschwunden. Hm, eine Karawane verschwunden. Ja, es heißt, die Echsen hätten sie überfallen. Wenn du mehr wissen willst, frag den Bürgermeister. Werde ich machen? Oder werde ich machen? Gibt es hier irgendwas in den Fässern? Nein. Schade. Wir haben ja offensichtlich, ob wir irgendwelche neuen Waffen. Aber wir haben hier zwei Besitzungen labern. Hm, vielleicht den Bogen? Hm, was soll ich nehmen? Ah, hallo, wer hat ihr denn? Wir sind normale Reisende. Wer, was denn so... Was... Dünnen... Dünnen sonst. Ihr könntet mir vielleicht helfen. Wobei denn? Nun, in der Nähe ist eine Burg. Dort drinnen haben sich Echsenmenschen verschanzt. Ich bin aber noch so untrainiert, um dort zu der Gruppe zu stoßen. Ihr könntet meinen Leuten helfen, falls ihr sie seht. Sieht. Hm, nun gut. Sis, du bleibst am besten so lange hier im Laden. Das wäre zu gefährlich für dich. Okay. Er macht einfach mal... Okay. Sis ist aus der Tali ausgetreten. Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. Er hat es nicht zu sagen, dass sie mich noch so dreht. Oh nein. Viel Glück. Beide sagen nur viel Glück. Was möchtest du? Ähm... Nicht Sarah. Egal. Äh... Nichts. Ach, das ist ein Restor hier alles nur. Naja, Sis dürfte auch nichts Neues sein. Das kann ich das natürlich nicht mehr kommen. Ähm... Duck. Torgi. Wer ist denn Torgi? Ich glaube, ich weiß, wer das war. Den kennt ihr nicht. Es war mal ein Epic Gaming VX Forum und ehemaliges Mitglied. Der ist inzwischen nicht mehr da. Deswegen, für den sind auch die beiden Sachen hier. Das ist ein... Er hat wie viel als Sprite. Er kann nicht dienen. Du kannst mir Waffen verkaufen. Ein Zollenschwert. Ein scharfes Schwert. 180. Das ist gut. Gut. Sehr gut. Warum geht das Schwert? Dein Justus? Das ist auch egal. Du kannst dir... nichts Neues leisten. Sis. Ähm... Hat der schon eine Feuerachse? Ich hab schon... Ja, der hat doch wohl mit Feuer angegriffen in den Kampf. Das hat der aber nicht gesehen. Duck. Er hat auch eine Feuerkolle. Kann ich ihm spendieren? Ich hab hier ja maßenweise Geld. Meine Güte. 9000. Das ist für das Schwierende schon viel zu viel. Joggi. Da kaufe ich momentan noch nichts. Das war es sonst. Den werde ich wahrscheinlich noch finden. Hoffe ich zumindest. Dann haben wir hier... Braust das Blöcke. Ich weiß das wieder mal nicht rein. Ich hab einen Fleck auf meinem Bildschirm. Weg mit dir. Ähm... GP komplett. Oh, der Pfad. Das geht unendlich. Cool. Ich kann mich unendlich hier heilen. Kostenlos sogar. Zwar keine MP, aber... GP. Das ist das. Der Itemladen ist einfach dann riesig. Was denn hier passiert? Oh, bin ich aber ein Trottel. Das macht irgendwie Spaß. Weil das Sound so geil ist. Was mischen Sie mit roten Augen? Ähm... 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 Mh... 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 B-Frucht könnte ich mir kaufen. Ich kaufe mir erst mal ein Buchenstück. 19 Stück. 570. Die Frucht mit der Heildrang. Da hab ich schon... Verdammt. Hier kaufe ich immer 9. 10. Och, das kostet so viel. Fuch der Stärke. Die ist eine magische Frucht, soll die Stärke von oben nach unten. Strich erinnern und Muskeln gedeihen lassen. Der kann ich... Ups. Kann ich mir eigentlich mal eine für Dingsbombs für Tiss kaufen. Obstungsöl. Eine für Sarah. Intelligenz. Eins für Sarah. Schnelligkeit. Kennte ich auch Tiss. Gebrauch und Unsichtbarkeit. Da kaufe ich mir auch noch 15 Stück davon. Obwohl er es eigentlich jetzt auch hat, aber egal. Große Haltern. Kann ich mir auch 20 Stück kaufen. Nur nee, jetzt will ich mir nicht mehr leisten. Egal. Ähm... Gegenstand. Och, Gott. Frucht der Stärke, Rüstungsölber für Sarah, Frucht der Intelligenz. Geben wir ihm mal und Frucht der Schilder, ihn. So. 61 Stärke hat er jetzt. Sehr gut. Okay. Das war's dann. Jetzt würde ich sagen, wir haben erstmal die Nebenquest und vielleicht... Na, erst die Nebenquest, weil für die... Oh Gott, das ruckelt jetzt wieder. Für die Dungeons würde ich doch gern Dingsbombs wieder haben. Äh... Cis... Nein, doppelt abgespeichert. Doppelt hält besser. Okay. Okay. Hoffentlich bekommen wir bald das Tor auf. Das Weiten halte ich nicht aus. Diese Echsenmenschen haben das Tor versperrt. Wie sollen wir nun... Wie sollen wir nur denn jetzt da reinkommen? Okay. Ich habe hier Lebensmittel. Ah, hier kann man einkaufen. Ah, schön. Na, ich habe das später. Verschlossen. Was hast du zu sagen? General. Ihr seid Ehren. Ihr worden als Ersatz für den Soldaten geschickt. Er meinte, es wäre noch... Er wäre noch zu unerfahren. Ersatz für Atir? Naja. Erfahren ist nun wirklich nicht. Und ihr seht auch sehr erfahren aus. Ihr könntet einen sehr guten Ersatz finden werden. Nun gut. Ich gebe euch meinen besten Ritter mit. Ort. Tor. Das ist so ein scheiß Name. Ort. Ort. Ja, Sir. Du wirst diese Soldaten hier zum Außenposten führen. Und dort mit ihm einen Rampock holen. Wird erledigt, Sir. Ähm. Kommt ihr bitte. Aber natürlich. Ort. Du hast der Gruppe beigetreten. Diesmal erst Ende 6. Einfach 8. Gut. Er ist bei der Höhe als Duck. Was soll die Duck deswegen aufleveln? Naja. Das dauert mir zu lange. Was hast denn du als Ausrüstung? Du hast die gleichen Ausrüstung und Fähigkeiten wie Tiss. Oh ne. Ach. Ich könnte euch heute für mögen. Ich könnte ihm eigentlich mal eine bessere Ausrüstung beschaffen. Mach ich auch. Oh, das ruckelt es wieder. Okay. Ich zeige euch meinen Kampf mit diesem Oktober. Obwohl nicht besonders wie anders ist als Tiss. Ist gleich doch kein Kampfzeug mit ihm. Wer hat mir dann noch genügt? Okay. Autor wird vom Computer gesteuert. Das war's neu. Das ist ja nun das Charakter. Und deswegen werde ich erstmal ihm besser Ausrüstung kaufen. Naja. Tiss. Äh. 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 Und jetzt noch ein Plattenkübers. Habe ich einfach noch genug Geld für alles angucken? Äh. 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 Warte noch mehr. Tiss und Ciss. Nämlich. Nämlich ein Buckler. Den verlieg ich zwar. Aber ich will den ein bisschen aufpowern. Für die Kämpfe dann. Und zwar mit einem Zollenschwert noch. Nein. Das war's eigentlich sonst. Raus hier. Und Ausrüstung. Kann ich denn überhaupt? Ja. Ich kann den ausrüsten. Optimieren. Sehr gut. Boah. Andere Sachen verkaufen? Ich. Boah. Ich baue. Oh Gott. Was kommt raus mir her? Ähm. Mh. 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 Es ist ein Schwert. Baster Schwert. Kolde. Marker Klingel. Halt ich. Wider Schritt. Leinen Helm. Gold Amulett. Ähm. Das könnte ich. Wir hatten auch kein Gold Amulett. Ähm. Mh. Mh. Das könnte ich halt ein Zähler geben. Mh. Gold Amulett. Okay. Sicher. Sag mal. Welche neue, was neue, was neue, was du verzeichnest? Nee. Alles die schon, die wir gesehen haben. So. Komm mal, ob er noch massig irgendwie... Höh. Noch 15. Ändern nicht immer irgendwelche Testmonster mit drin stehen noch. Naja. Also. Soll das der Außenposten sein? Ich spreche mal vorher ab. Ich weiß nicht wie hart ich gegen hierher, sondern nur stark genug bin. Was zur Hölle? Die ächten Menschen müssen uns zuvor gekommen sein. Sie wissen, sie vermissen gerade das Lager. Verdammt. Wir müssen den Anbock finden. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Und da breit die Wiese. Oh yeah. Und her mein Kampf. Echsenritter. Schon eine stärkere Version. Ähm. Hm. Kontaktion. Paralyse. Du machst. Die waren doch gegen... Feuer empfindlich, ne? Ja. Otto greift Otto. Er wurde gelähmt. Oh nein. Verdammt. Die haben Lähmungen drauf. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Ja. Wenigstens wurde lieber einer von euch paralysiert. Der scheiß Viecher. Oh, jetzt einfach nur alle angreifen. Der hat dafür Schaden als genommen. Das ist wirklich nicht toll. Ja. Einen Schaden. Einen Schaden. Ach nee. Ich glaube, das war Eis, oder? Eis war, glaube ich, gegen die... Effektiv. Hier sind wir Seren und Stoffe 12. Dacken und Stoffe 8. Luftwur gelernt. Auch der Stoffe 9. Athena-Trennung wurde gelernt. Ja, Otto lehrt sich auch noch. Bis... Ja, mit 13 Uhr oder so. Ähm. Ich halte dich mal. Und... Mal gucken. Oh. Echsenritter. Was habt ihr denn... Bist du? Wario. Echsenkrieger? Echsenkrieger-Hauptmann? Ich bin der Echsenritter da. Was hast du denn für... Anfällig gegen Hitze. Schwach gegen Hitze. Anfällig gegen Hitze. Okay. Fältigkeitenangreifen wird bei den Stich. Gut. D-d-d-d-d-d-d. Kann ich nicht ansprechen? Nein. Ja. Back während der Ammation laufen, sollte man sich nicht bewegen. Das... Da habe ich noch kein Skript in den Winter dazu. So gut. Sollte ich mal hier ein bisschen aufleben? Bevor ich zum Boss gehe. Ich zeige jetzt mal, wo der Boss ist, aber... Dann werde ich ein bisschen aufleben. Bis gleich. Okay. Das ist wieder Boss. Aber ich bin wahrscheinlich noch zu schwach. Weil die Echsenritter machen... 380 Schaden. Haben sie jetzt eben gemacht bei Tiss. Und... Das ist mir echt zu viel. Ich werde das mal ein bisschen aufleveln. Vielleicht so... Und wir mal sehen. Ein paar Level auf jeden Fall. Wir sind es dann, wenn ich fertig gelevelt habe. Bis gleich. Jaha. Auch toll ist abgekratzt. Da kann ich wenigstens meinen Halshauber zeigen. Von Sarah. Und die Paralyse noch. Und du bist tot. Und du bist noch nicht tot. Du bist auch noch nicht tot. Aber ihr seid beide paralysiert. Aber ich habe... Ach, verdammt. Nacken. Hm. Ich muss mal kurz zurückgehen. Oh, jetzt habe ich einen Nacken. Stich bekommen. Ich bin doof da gesessen. Ah. War schon besser. Rotation. Ähm. Du. Mast. Der Schreck des Lebens. Und du. Greifst mit Feuer weiter an. Kannst dich nicht bewegen. Das ist sehr gut. Ach, du bist tot. Na wenn, dann muss ich ihn jetzt in den Juhl heilen. Ja, der hat immer zu Rotation benutzt. Der hat 1411 Erfahrung. Das ist gut. Das ist nur schon gerade so ein Feuerschwert. Feuerschwert. Das ist sehr gut. Heilende Worte wurde gelernt. Blutabsorb wurde gelernt. Das ist natürlich scheiße. Das auch Tor jetzt. Da muss ich auf den Teichnöffel wie Duck. Ähm. Nein. Sarah. Geschenkt des Lebens. Und zwar auf Autor. Und du heißt ihn. Jetzt meine du heißt alle. Das wäre natürlich das. besser gewesen, wenn ich göttliche Heilung genommen hätte. Heilende Worte. 500 GP. Das ist sehr gut. Also rund. 500 GD. Ich spreche mal ab. Dann. Wahrscheinlich mal meine Kottarmee verschwenden. Warum hat der eigentlich so wenig MP? Ach ne, ja. Jeder Garte hatte ja noch eine separate, äh. Ähm. Kogel für die HP und so weiter. Ja. Wir sehen uns dann später wieder, wenn ich aufgelenkt habe. Okay, ein bisschen aufgelenkt. Ich zeig jetzt mal, ob irgendjemand was Neues gelernt hat. Tiss hat Vollerschwert und Eisschwert gelernt. In der Zeit, in der ich aufgelenkt habe. Deutsch-Hardewerbung hatte er ja schon vorher. Dann hatten wir noch Sarah. Sie hat ja Heil-in-The-Wort gelernt. Und... Logos Aura. Das steigert, glaube ich, die, ähm, Verteidigung eines Gefährten kann im Menü benutzt. Das hätte ich irgendwie ein bisschen seltsam finde. Aber egal. Dann haben wir hier noch Blutabsorb und Maneabsorb. Und Unsichtbarkeit hat er ja schon vorher. Otto hat noch gelernt, Feuerschwert, Beinstieg.